LAPD! Macht sofort die Tür auf und steigt mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug! Sofort! Guck doch mal, Mandel hat Frischfleisch im Wagen. Heißt hier jemand Holland? Ja, Sir. Nick Holland, das bin ich. Steigst du jetzt ein? Hör mir zu, es gibt eine Welt innerhalb dieses Streifenwagens und den Rest der Welt da draußen. Nach heute Nacht. Hast du das entweder verstanden oder der Job wird dich auffressen. Alles, was du tust und überall, wo du hingehst, denk dran. Es könnte gefährlich werden. Ich sag's dir mal, da draußen herrscht Krieg. Es gilt wir gegen sie. Du wirst nur das tun, was ich auch tue. Harlan! Bleib sofort stehen oder ich schieße! Ich weiß nicht, ob ich für das hier gemacht bin. Es ist schlimm, Ray. Wie schlimm? Schlimmer geht's nicht. Das sind Kinder. Sie können nicht einfach so ausschalten. Der Unterricht ist für heute aus. Wo ist sie? Das ist einfach zu viel für mich. Scheiße, Mann. Ich komme damit echt nicht klar. Die Menschen können nachts friedlich in ihren Betten schlafen, weil raue Männer bereit sind, Gewalt für sie anzubinden. Schussmächte! Schussmächte! Hey, nicht schlecht. Schon wieder was gelernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017